Musik Ich habe 2012 mein Referendariat hier an dieser Schule begonnen und habe mich dann auch entschieden, hier zu bleiben. Ich habe mein Referendariat in den Fächern Englisch und Sozialwissenschaften gemacht. Beziehungsweise Sozialwissenschaften ist halt an der Gesamtschule das Fach Gesellschaftslehre da. Für mich stand schon früh fest, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, vielleicht auch im Bereich soziale Arbeit, habe mich dann für den Lehrerberuf entschieden, dass, glaube ich, auch genau das Richtige war, weil wir auch gerade hier bei uns in der Schule viel Sozialarbeit machen. Jeder Tag ist anders, man arbeitet immer mit den Kindern, also man arbeitet ja nicht nur vor den Kindern, sondern man mit den Kindern. Es hängt immer davon ab, wie sind die an dem Tag drauf, wie ist man selber drauf. Jeder Tag ist anders, es kommen immer andere Rückmeldungen von den Schülern. Man hat häufig Erfolgserlebnisse, manchmal auch eben nicht, aber da muss man ein bisschen an den kleinen Schräubchen drehen. Und ich glaube, jeder Tag bringt so etwas Neues mit sich und ist auf seine Art auch eigentlich fast immer ein guter Tag. Von Anfang an. Also die Schule, an der ich unterrichte, hier an der wir uns gerade befinden, ist eine inklusive Schule schon, seit ich hier tätig bin. Das heißt, ich habe also außer im Praktikum gar keine Erfahrung an Schulen gemacht, die keinen inklusiven Unterricht haben. Also alle meine Klassen, die ich unterrichte, in denen befinden sich auch Kinder mit unterschiedlichen Förderbedarfen. Das wären im siebten Jahrgang zwei unterschiedliche Klassen und noch mal im zehnten Jahrgang auch eine Klasse. Also der Schnitt hat sich so ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Man schaut im Verhältnis in der zehnten Klasse, die ich unterrichte, da sind zwei Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Das war auch so ungefähr der Schnitt, als ich hier angefangen habe. In der Klasse, in der ich jetzt auch Klassenlehrerin bin und in der Parallelklasse sind circa vier bis sechs Schüler mit. Sonderpädagogischem Förderbedarf. Das trifft nicht auf alle Klassen zu. Wir machen das im Moment so, dass die Klassen A und B die Klassen sind, die besonders als inklusive Klassen arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass in den anderen Klassen keine Schüler mit Förderbedarf unterrichtet werden. Aber in den Klassen sind hauptsächlich die Schüler, die Förderbedarf im Bereich Lernen haben oder im Bereich Geistigerentwicklung gefördert werden. Dann zusätzlich natürlich auch noch Kinder mit sozial-emotionalem Schwerpunkt, Förderschwerpunkt. In den anderen Klassen sind es aber eher Schüler mit sozial-emotionalem Förderbedarf. Ich würde sagen, dass da erstmal kein Unterschied besteht in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen den Schülern. Also die akzeptieren sich hauptsächlich so, wie sie sind oder eben auch nicht. Aber dann hat das eben nichts mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf zu tun. Und wir haben so viele Schüler, die hier gefördert werden oder die Bedarfe haben. Gar nicht unbedingt, weil sie jetzt einen Förderschwerpunkt auf dem Papier haben, aber weil die mit einem großen Päckchen zu uns kommen und Unterstützung von uns brauchen. Und das wird von den Schülern akzeptiert. Nur dann nicht, wenn eben deren Raum, das heißt deren Raum im Unterricht, in den Pausen, deren persönlicher Raum negativ beeinflusst ist. Ich glaube, dann reagieren die schon negativ. Aber das hat dann nichts mit dem Förderbedarf zu tun. Und ansonsten ist das völlig akzeptiert, dass Schüler immer mit dem Sonderpädagogen in den anderen Raum gehen, dass der Sonderpädagoge mit im Unterricht ist, sich mit dazu setzt. Der Sonderpädagoge, die Sonderpädagogin, die da ist, kümmert sich ja auch um die anderen Schüler. Also das heißt, insgesamt wird es sowieso von den Schülern als positiv empfunden, wenn noch jemand da ist, der sie unterstützt. Und ich habe in meiner Klasse auch ganz stark die Erfahrung gemacht, dass es da auch Schüler gibt, die ganz besonders gerne auch Schüler gerade im Bereich Lernen unterstützen. Also die sich so auch als Helfer herauskristallisieren, dass man auch immer schauen kann mit der Sitzordnung und die das auch ganz toll machen. Aber dass vor allem kein Kind da komisch reagiert, sondern die Schüler genauso integriert sind wie die anderen Schüler auch. Und dass, wenn es Konflikte gibt, das eher auf andere Dinge zurückzuführen ist, als auf die Förderung oder den Förderbedarf des entsprechenden Schülers. Ich habe ja gerade einmal schon gesagt, ich unterrichte ja immer schon im inklusiven Kontext. Das heißt, das ist ja immer schon Bestandteil meiner Arbeit. Und ich denke jetzt nicht, ach, das ist jetzt so etwas ganz anderes, sondern ich schaue mir eben meinen Unterrichtsgegenstand an, wie mein Unterricht eben vorbereitet, welche Schwierigkeiten können es da geben, wie ist der Komplexitätsgrad, Komplexitätsgrad. Ich schaue mir meine Klasse an, schaue, welche Schüler ich da habe und inwieweit muss ich da differenzieren, muss ich fördern. Was können manche viele Kinder schaffen, was nicht, wie viel Bewegung, wie viel. Dann kommt es auch auf den Förderbedarf natürlich so ein bisschen an. Habe ich in der Klasse Schüler mit dem Förderbedarf sozial-emotional, im Bereich sozial-emotionaler Entwicklung, brauche ich vielleicht mehr Bewegung oder vielleicht gebe ich denen die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten. Schaue ich mir die Lernkinder an, muss ich natürlich schauen, in welcher Weise, wie komplex können die den Unterrichtsinhalt bearbeiten, können aber trotzdem Teil vom Unterrichtsgeschehen sein. Aber genauso wie man das auch von einem Jahr gefordert ist in Bezug auf andere Klassen, man schaut sich eben seine Gruppe an und guckt, was ist mein Gegenstand und wie kann ich auf jeden Einzelnen nochmal, wenn das notwendig ist, eingehen oder welche Unterstützungsangebote biete ich an. Also ich habe das natürlich auch schon im Referendariat, das ist natürlich eine Herausforderung, weil man da auch im Studium häufig oder zu meiner Zeit auf jeden Fall noch, jetzt eigentlich eher gar nicht darauf vorbereitet worden ist, aber wir haben an der Schule hier ganz tolle Sonderpädagogen und ich fand das eigentlich immer schon spannend. Und wir haben sowieso ja eine sehr diverse Schülerschaft hier, auf die man vielleicht auch nochmal besonders eingehen muss, die ganz unterschiedliche Bedarfe hat und habe das eigentlich eher als positive Bereicherung auch empfunden und hatte viel Unterstützung immer von den Sonderpädagogen auch hier an der Schule. Und ich hatte zuerst eine Klassenleitung, in der zwar auch Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf waren zwei im Bereich ES und wurde dann angesprochen von Schulleitung, ob ich zusammen mit meinem jetzigen Co-Klassenlehrer eine Klasse übernehmen möchte, in der auch Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet werden. Und wir haben uns dann entschieden, dass das war so der erste Durchgang, dass wir das dann mit der, wir sind die A und die B und so ein bisschen über Kreuz unterrichten in der Parallelklasse, in der A. Da ist der, auch ein Förderkollege ist dort Klassenlehrer, sodass wir da super gut zusammenarbeiten können. Also es ist in Absprache passiert, aber auch dadurch, dass ich mich da schon während meiner Tätigkeit vorher auch sehr viel interessiert habe und mich in dem Bereich engagiert habe und versucht habe auch weiterzubilden, weil das ist nicht so einfach, sich im Bereich von Förderung zu verschiedenen Förderschwerpunkten weiterzubilden, da was zu finden. Das ist so, dass die Sonderpädagogen sich da schon Gedanken drüber machen, wie sie alle Kollegen mit ins Boot holen. Wir haben, als wir die Lernkinder bekommen haben, haben wir zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht und die wird auch jährlich durchgeführt, sodass alle Kollegen, die vielleicht neu einsteigen, gerade neu erst ein Kind, mit dem Förderbereich Lernen unterrichten, so eine Einführungsveranstaltung. Wie kann man den Unterricht für die Schüler ein bisschen angemessen, passend gestalten und auch wie können die Beiträge für die Zeugnisse formuliert werden, weil diese Schüler ja keine Notenzeugnisse, sondern Textzeugnisse bekommen. Es hat auch eine Veranstaltung, die hat eine Sonderpädagogin von uns beim Schulamt organisiert. Es war in zwei Teilen eine Fortbildung. Ich glaube zum Förderschwerpunkt.es, ich konnte daran leider nicht teilnehmen. Was es halt leider wenig bis gar nicht gibt, sind Fortbildungen, die von verschiedenen anderen Institutionen durchgeführt werden. Sei es jetzt von der GEW, von VBE, von den Kompetenzteams. Da gibt es meiner Meinung nach fast gar keine Angebote, die man wahrnehmen kann. Was schon wichtig wäre, weil es ja fast keine oder gar keine Kollegen gibt, die das in ihrem Studium schon mitbekommen haben. Also niemand von den Regelschulkollegen hatte ein Modul zum Förderschwerpunkt Lernen oder zum Förderschwerpunkt DS oder zum Förderschwerpunkt Hören. Und man kann sich da gut einarbeiten, auf jeden Fall. Und unsere Förderschulkollegen sind da auch immer mit einem offenen Ohr dabei und geben einem Tipps und geben einem Materialien. Aber ich glaube, dass das schon von der Professionalität was anderes ist, ob man immer einen guten Rateschlag bekommt, versucht sich einzulesen, sich einzufinden, Dinge auszuprobieren, als wenn man einmal eine Fortbildung oder was von einem Dozenten, dessen Fach das wirklich ist, was man bekommt, so im Rahmen der Professionalität auch. Ja, leider wenig, wie das eben so ist, wie wir besetzt sind. Wir haben vier Förderschullehrer hier an der Schule, davon eine Kollegin mit einer halben Stelle, weil sie auch noch woanders tätig ist. Und so weit das geht, ja, aber ich glaube im Moment in der einen Klasse sind es zwei Stunden, in denen wir zurzeit drin sind, von neun, die ich dort unterrichte, in der anderen Klasse eine von fünf und im zehnten Jahrgang auch, ist auch eine Stunde von vier doppelt besetzt, womit ich glaube ich eigentlich, könnte ich mir vorstellen, sogar im Verhältnis zu anderen Kollegen sogar auch noch Glück habe. Wir haben vier Sonderpädagogen mit dreieinhalb Stellen fest bei uns an der Schule, also die auch fest zu unserer Schule versetzt sind, womit was super für uns ist. Wir haben, glaube ich, im Moment zwei Integrationshelfer, die aber natürlich dann nur mit den entsprechenden Schülern zusammenarbeiten, die ich aber nicht unterrichte, außer vielleicht mal in der Vertretung. Zusätzlich haben wir eine Sonderpädagogin an der Schule, die von außen kommt für zwei Schüler, die gefördert werden im Bereich Hören und für einen Schüler im Bereich SQ, das heißt im Bereich Sprache. Bei den Kollegen, die von außen kommen, das muss man natürlich immer schauen, mit den Absprachen, wann sind die Kollegen da, das ist terminlich ganz unterschiedlich. Aber wenn Gesprächsbedarf da ist, lässt sich das auch immer einrichten und der Austausch mit den Sonderpädagogen ist wunderbar. Also wir haben eine Sprechstunde am Dienstag, die wahrgenommen werden kann, wobei ich auch dadurch, dass ich natürlich ganz eng mit dem Kollegen aus der Parallelklasse zusammenarbeite, da häufig gar nicht den Bedarf habe, weil wir uns quasi jeden Tag absprechen können. Und ich kann nach der Stunde fragen, sag mal, jetzt hatte ich irgendwie das Gefühl mit den Förderkindern, das war irgendwie nichts. Was meinst du, können wir da vielleicht, können wir das anders machen? Hast du vielleicht noch Material? Oder ich lasse auch, also ich stelle drei unterschiedliche Klassenarbeiten, manchmal vier, weil auch Kinder mit dem Förderbedarf Lernen sind ja nicht alle gleich. Also es ist ja ganz, ganz unterschiedlich, in welchem Spektrum die angesiedelt sind. Also eigentlich eher vier Klassenarbeiten. Das heißt, zwei für die unterschiedlichen Bedarfe im Bereich Lernen. Und da schaut auch der Sonderpädagogin, die Sonderpädagogin immer nochmal drüber, wenn man das möchte und auch korrigiert nochmal mit. Oder auch bei der Bewertung, Schüler im Bereich Lernen bekommen ja keine Noten. Das können wir auch immer nochmal absprechen, dass da unsere Beurteilungsbeiträge, dass das dann Ordnung ist und auch dem Kind entspricht. Nein, also für den Bereich ES auf jeden Fall, für den Bereich Lernen auch. Wir haben seit diesem Schuljahr zwei Kinder mit dem Förderbedarf geistiger Entwicklung. Da haben wir keinen Kollegen, der speziell diesen Schwerpunkt studiert hat. Und für die Bereiche Sprache, also SQ Sprache und Hören auch nicht. Also eigentlich für die Bereiche Lernen und sozial-imensionale Entwicklung. Also barrierefrei ist die Schule nicht. Gar nicht. Also es könnte kein Schüler in einem Rollstuhl zum Beispiel unsere Schule besuchen. Also schwierig ist das schon, wenn Schüler mit Krücken da sind. Das wurde nicht bedacht beim Bau dieser Schule. Die Räumlichkeiten, ja, ja, nein, sage ich mal. Also wir haben Förderräume, das ist auch super. Wir haben hier in dem kleinen Gebäude zum Beispiel auf jedem Gang einen Förderraum. Das ist prima. Am anderen Gebäude ist es ein bisschen knapper mit den Räumlichkeiten. Also es geht schon. Es wäre aber schön, man hätte eventuell ein bisschen mehr Platz. Die Sonderpädagogen haben ganz viel Materialien. Die haben die auch in ihrem Raum und die sind da verschlossen, was auch absolut richtig ist. Aber man kann die Sonderpädagogen jederzeit ansprechen und im Zweifel hat man am gleichen Tag oder am nächsten Tag noch Materialien. Das Problem mit den Materialien ist leider häufig nicht, also die Materialien sind gut, also oft oder häufig gut, auch sogar für Schüler, die vielleicht in dem einen oder anderen Fach Defizite haben. Das heißt auch Schüler, oder Regelschüler profitieren von diesen Materialien. Was häufig nicht so gut ist, ist, dass die zum Beispiel im Bereich Englisch gibt es ja das Lehrbuch und wir machen eben die Themen und es gibt da zwar Differenzierungsmaterial, aber gerade für die Schüler im Bereich Lernen ist das häufig noch zu schwer. Das heißt, man kann sich zwar Material organisieren, an denen die Schüler auch gut arbeiten können, mit denen die auch Erfolge erreichen, Lernzuwachs erreichen. Ich finde das aber häufig schwierig, wenn Schüler im gleichen Klassenraum an einem anderen Thema arbeiten, weil man lernt in Schule ja nicht nur den Unterrichtsstoff, sondern man lernt ja auch, in Gruppen zu arbeiten. Man erwirbt eine Sozialkompetenz und das ist schwierig, wenn die anderen Schüler in Gruppen, in Partnerarbeit zusammen machen, ein Double Circle machen, einen Galeriegang machen und die anderen Schüler sitzen da eben mit ihrem Heft, was die haben, worauf man immer zurückgreifen kann. Überhaupt gar kein Problem, wenn es zu komplex wird im Unterricht oder wenn man da kein entsprechendes Material hat. Aber ich finde das häufig schade, wenn man die Schüler dann doch aus dem Unterricht irgendwie ausschließt. Die sind zwar mit im Klassenraum, nehmen aber ja nicht an dem Teil, was man gerade macht. Die sind zwar mit einem